Charapati Asana, die Stellung des Meisters Charapati, auch genannt Charpatnat. Vishnu Brema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist eine Sitzhaltung und dann kommst du zur Kuhmaulstellung, das heißt, du gibst einen Fuß neben die eine Gesäßhälfte und den anderen Fuß neben die andere Gesäßhälfte. Dabei sind die Knie übereinander. Und dann, und das ist das Besondere, bei dieser Charapati Asana gibst du die Hände auf die Hüften und die Handflächen zeigen nach oben. Charapati Asana gehört zu den vielen Sitzhaltungen, die benannt sind nach den großen Natas, also den großen Meistern in der Tantra Tradition bzw. auch in der Hatha Yoga Tradition. Diese 84 gelten als Natas, als Meister und auch als Siddhas. Voller Name wäre Charpata Natha oder auch Charpatnat. Diese Charapati Asana hilft, dass die Energie vom Svadhisthana Chakra nach innen gebracht wird, dass dadurch das Muladhara Chakra aktiviert wird. Dadurch, dass die Hände so nach oben zeigen, wird auch der Geist wach. Du kannst aber entweder die Hände so halten wie Vishnu Prema in der Luft, das aktiviert, oder du könntest auch die Handrücken auf die Oberschenkel drauflegen. Und so ist es auch ein Asana, in dem du eine Weile meditieren kannst. Mehr Informationen über Charapati Asana und viele andere auf wiki.yoga-vidya.de Und so ist es auch ein Asana, in dem du eine Weile meditieren kannst. 1. 要